Und als die andere Tochter alle Prüfungen versucht hatte zu schaffen, da schickte Frau Holle sie wieder nach Hause. Und als sie an der Tür stand, kam ein riesiger Eimer voller Pech und überschüttete sie. Wenn eine Frau zur Entbindung war, da hat sie ein Füß zusammenbieten lassen. Mit der Konsequenz des Todes für ein Kind und ein Junge. Und der Hund hat auf die Höcklinge geketzt. Eine Pästle. Und da hat er gesagt, dass ich ihn schon verspült habe. Da hat er gesagt, dass ich ihn nicht zurückkriege. Die haben gesagt, sie verstehen das nicht, wie so eine feste Frau so grasam sein kann. Später habe ich das verschiedenen Kollegen gesagt. Wie kannst du dich wagen, an die Mandelhands mit der Mandel zu sprechen? Was soll sie schon mit mir machen? Wenn sie sich für die Musik interessiert, wird sie nicht das Cello weggasen lassen. Wissen Sie, alles war sozusagen aus Verzweiflung frisst der Teufel Fliegen. Ja. 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 Ja.